Mein Freund, Serge, hat sich ein Bild gekauft, ein Ölgemäldet, ganz im Weiß. Und wenn man die Augen zusammenkneift, dann kann man feine weiße Querstreifen ergriffen. Wie kannst du sie sehen? Die weißen Linien, wie kannst du die Linien sehen, wenn der Untergrund weiß ist? Weil ich sie eben sehe, das Weiß ist in meinem Fingel leicht grau oder andersrum. Es gibt Nuancen in diesem Weiß. Wenn sie Spaß macht, wenn sie Spaß macht, was soll das heißen, wenn sie Spaß macht? Was ist das für eine Philosophie? Wenn sie Spaß macht, so lange es niemand anderen schadet. Ja, was schade den anderen? Denn ich bin in meiner Ruhe gestört. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai Un frigidaire, un joli scooter, un Atomixer et du Dallopio. Eine Cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Und dann, wenn sie mich auf der Kiste 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 auf der K